Guten Morgen, liebe Winterfreunde. Heute ist Freitag, der 13. Januar 2017 und auch uns hat Tief Egon besucht. Nach einer stürmischen Nacht mit starken Böhren haben wir derzeit 25 bis 30 cm Schnee. Wie man sieht, ganz schön piep. Ich hoffe, Tief Egon hat auch euch so reich beschert und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.